Ey, ich bitte dich, es ist 15.33 Uhr und die Runden werden nicht voll. Danke, Tufuchs und Das Cool 2000 heute. Das Cool 2000. Ich kann das nicht rollen. Kann das nicht. Das ist immer Glücksdache bei mir. Ob ich dann einfach nur rrrr mache oder rrrr. Heute ist der 21. Errrrste. Ah, ich kann's heute. Wie ist der Kanzlerstag? Mika, Mann, HD. Artefakt 82. Aber wir spielen dagegen zwei Clans. Au, wir sind auch ein Clan. Und wir machen gleich noch Autotexte, okay? Sag mal, was macht deinen Arm denn da eigentlich? Also... In dir steckt. Gut, damit ich dann... LOL Ja, wie gesagt, wir kommen zu einer weiteren Runde Wettbewerbs wieder mit Diana. Die meinte, wir machen ja Vorproduktion. Deswegen nehme ich jetzt einfach alles auf, was wir spielen. Wir hauen... Was hab ich vorhin gesagt? Wir machen Vorproduktion. Nein, wir hauen drauf. Wir hauen drauf! Ah! Tastatur erwischt. Ah. Dummheit tut weh. Dummheit gehört bestraft. Aber sowas von... Ne? Im Radio. Du musst ja ganz schön klein sein. Im Radio. Im Lalio. Ah, Lalio, man kennt's. Wer kennt nicht das Lalilo? Mann, jetzt bin ich zu. Mann, das ist aber schade. Shhh. Shhh. Ich find's schön, dass du deinen Betten-Abbaus-Sound immer mitsingst. Wir können ja Packs erraten machen, nächstes Mal. Welches Pack benutzt? Ja da. Ich hab beim Betten-Abbaus-Sound aber bei... Bäh. Ja. Spachen-Lern-Bubble, ne? Fai-Bust jeden Pack geändert. Fai-Bust jeden Pack geändert. Fai-Bust jeden Pack geändert. Fai-Bust... Fahrgust jeden Pack... Das ist gut, ich hab' das funktioniert. Das ist gut, Junge. Das ist schön, Junge. Alles gut, Junge. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, Junge. Ihr egal, hinzubekommen. zu gut. Ja, natürlich. Mit einer 4er-Range wäre ich auch zu gut. Und der Range? Ja. Hast du mir überhaupt zu? Na klar. Ja, na klar. Hast du wieder eingeschaltet. Ey, nein, der hat jetzt auch noch Schwert. Ah, und Auto-Respawn haben sie auch noch. Uh, Fuchs. Ich wär bei dir. Auto-Respawn. Gibt's dafür was? Mein Video hat fertig gerendert. Jana, 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 Jana. Bra! Was, 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 was. Ich bin bei dir. Ja, Spawn-Trap steht. Ach man, Koti, ich steh. Alles klar. Das war gerade das erste Mal, by the way, dass du mich Koti genannt hast. Du, alter, er cheatet. Ah, Mensch, das haben wir jetzt aber auch schon nach drei Calls mal festgestellt. Eins, nice Sache, mal wieder am Start. Ich möchte jetzt einen Dreizehner. Ja, dann farm dir einen Dreizehner. Gib mir einen Dreizehner. Ich bin nicht dein Sklave. Ja, doch. Wie so ein Schaf. Ich schwöre dir die Hecken doch. Oh, ich hab jetzt ein Schaf gekauft. Mach's doch nicht auch noch in der Base. Jana, man. Ein Schaf. Nein. Nein. Jana. Und bumm. Was soll das denn jetzt? Warte. Und? Guck zu mir hin. Guck, 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 guck. Warte. Nice, toll. Freue ich mich. Unser Weg ist weg. Wuuu. Nichts lieber als das. Ja. Jana. Ich baue dir doch wieder. Ja. Wie wär's mit etwas Hilfe. Etwas Hilfe. Was ist das? Nein, warte. Ich baue unseren Weg gerade ganz kurz auf. Ja, aber du solltest vielleicht erstmal aufpassen. Ich aufpassen. Ja. Ich aufpassen. Danke, dass du mir das so früh sagst, dass ich vielleicht aufpassen muss. Das ist echt sehr aufmerksam von dir. Ja. Gebummst hier, Jana. Extra nur für dich. Ich hab mich um deine Bedürfnisse gekümmert. Denn auch du sollst deine Bedürfnisse über Frieden dürfen. Danke. Ja, nice. Alles klar. Kanal gesperrt. Sichs ist sicherer Inhalt. Nice. Nice. Ah. Klaro, Bruder. Bockt. Bockt, sagst du. Bockt. Bockt wie ein... Ja, ein Huhn. Ich hab ihn. Ich hab ihn genockt. Lull. Alles klar. Was ist los mit dem, ey? Der springt die ganze Zeit und gibt's trotzdem firsted. Ja, wenn er cheatet. Hallo, ganz ruhig, Jana. Ja, also erstmal müssen wir die Sachlage analysieren. Wer von den beiden ist das eigentlich? Tufu oder das? Beide? Wie wär's mit beiden, weil die in seinem Clan sind? Im gleichen. Nein, selten nicht. Was ist das? Das ist cool. Lacking. Please. P-L-S. Was ist das? Ich hab ihn! Das wird so eine endlich lange Runde, ey. Bitte. Nein, Jana. Nicht zu offensiv, ne? Wir haben keine Chance sonst gegen die. Wir brauchen irgendwie was gegen die. Weil Spawnstrapen kann ich sie nicht alleine. Wissenweise in Spawnstrap aufbauen. Der läuft da rum wie so'n Huhn. Ein abgestochenes, oder? Abgestochen. Kennst du das, wenn Hühner noch ohne Kopf weiterlaufen? Das ist voll creepy. Hoppa, Mann! Das wollte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich weiß noch, früher fand ich das so als kleines Kind, oder als kleineres Kind voll lustig. Habe ich immer selber gemacht. So, ja, bin ich auf den Bauern aufgeben. Nein, nein, das fand ich aber voll lustig. So, ich hab mir mal vorgestellt, ja, ich schneide dem Huhn mal den Kopf ab und leg das dann meiner Schwester ins Zimmer. Und dann läuft das da so so. Ja, klar. Deine Schwester kommt dann irgendwie so zehn Jahre später nach Hause und dann läuft der Hund da einfach so. Erst ab dann läuft das Huhn. Erst ab dann. Ja. Das Huhn wartet, bis deine Schwester reinkommt und sieht die. Nein, meine Schwester wartet vor allem im Zimmer schon. Ah, so. Einfach Tür öffnen, den Huhn reinlaufen lassen und guau guau. Hilfe. Nö. Ich hab dir gesagt, komm nicht drauf. Verbinden. Verbinden. Verbinden? Nein, verbinden. Ah, ja, man kennt ihn, den Verbinden. Verbinden. Machst du da hinten drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Hä? Jana, ich bin nicht in der Base. Ey, ne. Ey, ja, der bekommt unser Bad. Jana, den musst du spammen. Jana. 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 Ich hoffe, du. Ich hoffe, der killt dich jetzt. Alter. Was war das denn jetzt von mir? Kannst du dir bitte ein bisschen Spammen, dass er los ist? Dann kann ich meine Stärke noch nutzen. Na klar, warte. Na klar kann ich den Spammen. Er hat hier getrunken. Jana. Spam Reno. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Beifuß. Jana. Komm hier. Beifuß. Lass mir den kill. Ah, ja. Gegen Hacker. Lass mir den kill. Die Absprache. Ja. Ja, Mensch. Eine 8 Minuten Runde gegen Hacker. Da hat man doch Bock drauf. Neee. Nicht gut. Natürlich auch wieder in diesem Video. Jana. Verlinkt in der Videobeschreibung. Folgt rein. Alle auf. Abonnieren. Checken. Auf Twitter. Ja, auf Twitter. Abonnieren. Kommentieren. Liken. 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 Abonnieren. Favorisieren. Nee. Kommentieren. Und liken. Ach, irgendwie sowas war das. Ist mir jetzt auch egal. Bis zum nächsten Mal. Dann schön mit dir.